Die Aktienmärkte kannten die letzten Monate eigentlich nur eine Richtung, also zumindest wenn man mal ein paar spezifische Aktien mal weglässt, die durchaus das Ganze schwierig hatten. Wenn wir mal hier auf den S&P 500 zum Beispiel blicken im Weekly Chart, ja da muss man schon genauer hinschauen, um zu erkennen, dass sie gerade nicht im absoluten Höchstpunkt stehen, sondern gerade mal ein, zwei Prozentpunkte drunter. Beim Nasdaq sieht es so ähnlich aus, eine wunderbare Rally seit dem Ende 2022. Wir sind komplett durchgestartet, hatten zwischenzeitlich eine kurze kleine Korrektur, aber wir sind eigentlich an den Höchstständen der Aktienmärkte. Und wenn ich dieses Bild hier oder halt diesen Hintergrund, ja, euch jetzt zeige in dem Thumbnail, dann hat es oftmals in der Vergangenheit immer so ein bisschen vielleicht Trendwenden am Markt gegeben, wo ich auch das Ganze hier eben über so ein Thumbnail euch hier ein bisschen so ein Blutbad oder so darstelle, ja. In der Regel ist es ja auch so, dass ich keine großen Marktkommentierungen mache, sondern eher so an wichtigen Punkten. In der Vergangenheit war es dann oftmals tatsächlich an Wendepunkten beim Aktienmarkt und ich will euch jetzt auch hier keine große Angst machen, aber es gibt so ein paar Punkte, wo wir jetzt auch grundsätzlich mal ansprechen müssen, aktuell auf dem Aktienumfeld, auf dem Gesamtmarkt. Ich schaue mir weiterhin definitiv auch Einzelwerte an, das ist ja auch mein Fokus, meine Spezialisierung, aber jedes Mal, wenn ich einfach bestimmte Sachverhalte auf dem Gesamtmarkt sehe, möchte ich die mit euch teilen. So und wo sehe ich jetzt im Moment das Problem bei den Aktienmärkten, beziehungsweise wieso könnte hier auch eine Trendwende jetzt stattfinden, wenn wir uns, und das ist jetzt wirklich hier keine komplette technische Analyse, aber mal so einfach einen kurzen Blick drauf, ja. Wir stehen jetzt hier zum Beispiel auch beim RSI, also relative Stärkeindikator, relativ weit oben, ähnlich hatten wir das Ganze im Sommer 2023, danach gab es eine Korrektur, jetzt stehen wir auf ähnlichen Leveln. Natürlich muss das nicht immer gleich heißen, da kommt sofort eine Korrektur, wenn die Aktienmärkte in absoluter Hype-Stimmung sind, ja, dann kann so das Ganze auch den RSI noch relativ weit und deutlich noch stärker nach oben ziehen. Also das jetzt erstmal nur so als erster Blick, grundsätzlich hat das aber nichts zu bedeuten. Wenn wir mal aber rüberblicken, hier auch grundsätzlich, was ich ab und zu auch gerne mal in meinen Videos mache, Fear & Greed Index, was sehen wir hier? Wir sind immer noch in einem deutlichen, ja, ich sag mal, Gear-Zustand, ja, das ist das nicht extrem, ja, überbohrt nicht, aber einzelne Indikatoren zeigen hier schon den Wert in, ich sag mal, extremer Gear, ja, zum Beispiel Marktmomentum, also wie stark dieses Momentum aktuell in den Aktienmärkten ist. Und das ist schon, grenzt schon so ein bisschen an extreme Gear. Vor einem Monat waren wir auch in diesem extremen Gear-Zustand und wenn wir mal so einen Blick hier in die Timeline werfen, dann verharren wir immer noch auf diesem Level der deutlichen Gear. Und das letzte Mal, als wir auf diesem Niveau waren, auch hier wieder als Beispiel, war der Sommer 2023, als wir danach eine Korrektur in den Aktienmärkten gesehen haben. Wo kommt jetzt aber so ein bisschen meine kleine Furcht her, ja, wenn andere gierig sind, sei furchtsam, so ein bisschen, ja. Wenn ich mir einfach mal ein paar einzelne Daten anschaue, wir gehen jetzt mal gleich einfach über ein paar Punkte hier durch, ja, ein paar sehr interessante. Aber wir fangen einfach mal hier an mit den Inflationsdaten. Die letzten Inflationsdaten waren schon ein Tick heißer, als man vom Markt erwartet hatte. Jetzt nicht extrem viel, aber dennoch bemerkenswert, vor allem, weil wir tatsächlich nicht in dieses Niveau runterkommen unter diese 3% im CPI. Da sehen wir das Ganze zwar hier bei Truflation, also praktisch, man muss dazu sagen, diese Daten hier haben vor allem im Housing-Segment in den USA, also sagt man, ja, wie sehen wir es von den Daten her, so einen nachziehenden Indikator. Das heißt, dass dann hier in den aktuellen CPI-Daten, also Inflationsdaten, die eigentlich veraltet sind, deswegen schaut man vielleicht auch gerne mal hier zu Truflation. Aber hier muss man auch sagen, ja, hier ist der Trend schon deutlich nach unten und wir sind hier unter den 2%. Aber so richtig final in den letzten Inflationsdaten oder auch in den Erzeugerpreisen sehen wir eher wieder so ein kleines Auflammen der Inflation. Und das hat natürlich dann auch ein anderes Problem oder an vielen anderen Stellen hat es weitere Probleme. Tesla hier beispielsweise oder auch, wir müssen ja nicht direkt zu Tesla gucken, wir können auch zu Enphase schauen. Aktien, die, ich sag mal, sehr davon abhängig sind, auch in ihren Verkäufen, in ihren Umsatz, dass eben die Kunden relativ große Summen auf einmal nehmen und dann sich etwas kaufen, ja, so ist es bei Autos, so ist es auch bei Enphase-Systemen, ist es halt einfach so, dass man davon abhängig ist, dass der Zinsmarkt relativ gering ist, das heißt, dass sich viele Kunden eher zutrauen, mal ein bisschen mehr Schulden aufzunehmen und dann Investitionen zu tätigen, entweder ein neues Elektroauto oder dann halt hier irgendwie eine Solaranlage oder Photovoltaik-System auf dem Dach. Deswegen sehen wir auch in den letzten Tagen hier, dass Enphase, aber auch SolarEdge und Tesla, aber auch viele andere Aktien, die eben sehr abhängig sind von einem Zinsmarkt, dass die wieder sehr negativ reagieren, ja. Wer zum Beispiel wissen will, wieso fällt meine Tesla-Aktie seit Wochen oder wieso kommt jetzt Enphase wieder nicht in die Pötte, ja, das liegt vor allem auch in dieser Hinsicht einfach an diesen Zinssorgen, dass eben diese Inflationsraten doch wieder eine zweite Welle kommt, ja, das heißt, dass wir doch wieder ein Anziehen sehen, vielleicht nicht wieder auf 8, 9, 10 Prozent, aber dass wir dann vielleicht doch irgendwo vielleicht wieder Richtung 4 Prozent vom Abtick her gehen und das würde dann natürlich bedeuten, dass dann die amerikanische Zentralbank entsprechend nicht die Zinsen senken wird dieses Jahr oder nur, wenn, dann nur, keine Ahnung, einmalig, ja, um einen ganz kleinen Faktor und weiterhin eben das Thema Geld, was so ein bisschen letztes Jahr als Sorge galt, aber dann so ein bisschen weggefegt wurde, higher for longer, dass man das Ganze auch hier tatsächlich so lange fahren wird müssen, bis die Inflation bereinigt ist und dann vielleicht tatsächlich der, ja, ich sag mal, die Wirtschaft dadurch mit in den Abgrund gerissen wird, das sind so ein bisschen die Sorgen, die jetzt zumindest mal ein bisschen ganz leicht auf den Markt auftauchen, aber die sind jetzt auch tatsächlich, wenn man mal wieder rüber geht zum 4. Greed Index, die sind noch bei weitem nicht manifestiert, also alles, was wir jetzt in den ersten Tagen sehen, das ist erst so ein kleines bisschen dieses, ach ja, da war ja noch was, ja, da war ja die Inflation, vielleicht ist ja noch gar nicht besiegt, das ist der eine Punkt, zum anderen führt das natürlich auch dazu, deswegen schauen wir jetzt mal uns hier als nächstes die Kreditausfallraten an, wenn die Zinsen relativ hoch sind und eben auch die Inflationsrate vielleicht relativ hoch ist, dann ist das für die verschuldeten Privatpersonen oder auch für die Unternehmen überhaupt nicht schön, denn, man müsste so sehen, die Ausgaben werden ja teurer und gleichzeitig ist die Schuldenlast vergleichsweise hoch und die muss ja dann auch bedient werden, das heißt, das Einkommen wächst vielleicht nicht mehr in dem Maße mit, wie man dann entsprechend auf der anderen Seite an Ausgaben hat, das ist natürlich eben so ein typisches US-Problem, ja, starke Überschuldung, alles auf Pump irgendwie, alles finanziert, tatsächlich sieht man aber auch hier, dass wir jetzt deutlich in den Delinquencies, also praktisch in den Ausfallraten nach oben steigen, jetzt hier mal ein Bild, ja, jetzt sehen wir zum Beispiel, wir haben das Niveau vor Krisenniveau sozusagen überschritten und sind deutlich drüber, wir finden uns aber historisch immer noch auf einem relativ geringen Maße, trotzdem können solche starken Entwicklungen in den Ausfallraten die Banken durchaus auf dem falschen Fuß erwischen, vor allem jetzt hier auch interessant, wir haben uns gerade Tesla angeschaut, SoFi hier auch, für SoFi sehr interessant, das trifft jetzt nicht nur, also diese Ausfallraten treffen jetzt nicht nur auf, ich sag mal, komplett überschuldete und schlechte Kunden wieder, sondern man sieht auch hier zum Beispiel Prime oder Prime Plus Kunden, das heißt die mit einer sehr guten Kreditbonität, auch die haben jetzt im Jahr 2022, 2023, das sind diese im Blau und in Lila, sieht man, dass die Ausfallraten gegenüber den Kohorten aus den letzten Jahren deutlich zunehmen, wie gesagt, erstmal keine Überraschung, wir sehen ja, dass hier die Ausfallraten in diesem Zeitraum aufgrund auch Helikoptergeldes in den USA sehr gering waren und man auch teilweise seine Schulden gar nicht bedienen musste und man trotzdem nicht in eine Ausfallrate reingekommen ist, weil der Staat dann entsprechend eingesprungen ist, aber wir sehen, dass diese Abtick durchaus schon signifikant ist und jetzt geht es auch darum, ja, wir wissen ja, SoFi seitlich hat sehr konservativ geplant in seinen Schätzungen und SoFi hat auch praktisch von seinen Ausfallraten, hat sie das Level deutlich höher noch stehen, deswegen im Moment ist das natürlich kein Problem, aber wenn diese Daten immer mehr auf den Markt durchschlagen und der Markt dann eben diese Befürchtung, diese Angst bekommt, hey, Inflation bleibt länger, Zinsen bleiben länger, was bedeutet das für die Ausfallraten, die werden vielleicht nochmal einen Tick höher steigen, dann wäre vielleicht hier auch SoFi von seinem Geschäftsmodell so ein bisschen in Gefahr, war das vielleicht auch nochmal der Hinweis, wieso auch neben Tesla, neben Enphase und neben anderen zinssensitiven Aktien auch eine SoFi in den letzten Tagen, ja, hier diesen schönen Trendkanal oder diesen schönen Trend, den man hier gebildet hat, nach unten unterschritten hat und dann jetzt er sich wieder auf einem sinkenden Ast befindet. Die Ereignisse rund hier herum, wo man auch eben Wandel an Laien ausgegeben hat, meiner Ansicht nach war das alles ein bisschen überbewertet, man hat ein paar gute Aktionen damit durchgeführt, zum Beispiel alte Schulden abgebaut und ja, am Ende kommt es eben darauf an, ob man mit diesem Wandel an Laien, mit diesem frischen Kapital entsprechend mehr für die Aktionäre generieren kann oder nicht, also wie gut man dann praktisch von seinen Investitionen ist, so ist es ja immer, also wenn man frische Aktien ausgibt, dann muss man dann die natürlich auch irgendwie diese Verwässerung rechtfertigen, indem man entsprechend über idealerweise hohes Return on Investment hier die Werte zurückholt oder das Kapital wieder besser zurückholt als das, was man jetzt als neuem Kapital ausgegeben hat. Deswegen hier einfach nur, ich glaube, die großen Risiken, die wir jetzt hier wirklich sehen oder die sich jetzt so ein kleines bisschen erstmalig manifestieren, sind gerade erst am Anfang. Vor allem auch, wenn ich mal auf die viele Tech-Werte anschaue, viele Tech-Werte, die sehr stark gerannt sind, auch in den letzten Monaten, oftmals nicht, weil da jetzt fundamental man jetzt extrem viel mehr Umsatz generiert hat, also man hat schon vielleicht ein bisschen mehr Umsatz generiert und ein bisschen mehr Ertrag, aber ein Großteil wirklich dieser Rally ist aufgrund einer Multiple Expansion entstanden, das heißt, diese Vorwegnahme von sehr positiven Marktereignissen und Geschäftsereignissen aus der Zukunft hat man vorweggenommen und jetzt sieht man und jetzt erkennt man, oh, vielleicht sind wir noch ein bisschen zu weit gerannt. Deswegen im Moment, wenn ich hier tatsächlich jetzt den Markt beurteilen würde, ich glaube, wir stehen hier gerade am Anfang einer Korrekturwelle, hier, die mein Ziel theoretisch bis hier unten gehen würde, also das wäre jetzt mal in der ersten Welle, denke ich mal, wäre das so ein sehr schönes Ziel, auch hier für euch, wieso? Also zunächst einmal das alte All-Time-High befindet sich hier parallel und zudem haben wir hier einen kleinen Abtrend seit dem Jahr 2022. Deswegen idealerweise, oder ich sage mal, mein erstes Ziel hier bei einer Marktkorrektur wären jetzt mal 7%, wo wir hier tatsächlich auch runtergehen würden. Also im Moment ist tatsächlich für mich das Anzeichen eher so, dass wir hier vom Greed-Zustand, also vom Gear-Zustand auf dem Markt schon sehr lange hier uns hier oben festigen und es gehört mal wieder eine Phase rein, wo tatsächlich wieder ein bisschen schwache Hände aus dem Markt gespült werden, hier eine Korrektur sehen und diese Korrektur kann durchaus mal plötzlich eintreten, wenn jetzt die ein oder andere Äußerung aus dem Fettumfeld erfolgt oder wir vielleicht wieder ein bisschen größere Probleme bei den Banken feststellen und dann wird es ganz klar, was wir hier natürlich sehen, das vielleicht auch nochmal als Hinweis, was hier irgendwie als leichte 7% Korrektur dann gilt, wird dann wieder Aktien treffen, Einzelaktien treffen, die dann auch mal 10, 15, 20% korrigieren und dann kann es auch mal größere Einstiegsmöglichkeiten wieder geben. Denn das ist dann im Endeffekt wieder meine Botschaft am Ende. Ich werde auch, wenn ich jetzt hier, sage ich mal, wieder in dem Bereich bin, dass ich sage, hey, der Markt hat im Moment eher ein bisschen größeres Risiko als Chance, als Ganzes, geht es mir darum nicht, ich trade jetzt nicht. Das habe ich auch da oben nicht gemacht. Also ich habe ja auch hier im Januar, Februar, habe ich euch gesagt, oh, das wird jetzt sehr gefährlich, das könnte hier eine größere Welle geben. Wer meinen Kanal verfolgt, der wird wissen, Ich habe hier diese komplette Welle mit meinem investierten Kapital mitgemacht und habe dann eher darauf geachtet, was kann ich in dieser Korrekturphase nochmal mir ins Depot legen. So war das auch im Sommer 2023. Dort war die Investitionsentscheidung vielleicht nicht die beste. Wir erinnern uns, Thunderfull und Enphase, in diesem Zeitpunkt gekauft, war diesen Korrekturmodus genutzt, aber dann tatsächlich eher rückblickend hier auf die falschen Aktien gesetzt. Ich denke auch, dass wir jetzt wieder in einen Korrekturmodus kommen und ich dann wieder, naja, ich dann wieder auf Aktien blicke, die jetzt vielleicht schon in meinem Depot sind, wo ich mir dann wieder ins Depot legen könnte, oder dann eben auch auf neue Aktien blicke. Wenn man zum Beispiel unter meinem Video den zweiten Link folgt, dann kommt man ja hierher, komplett kostenlos, keine Werbung. Hier eine kleine Analyse zu Audity Tech. Sehr interessant, sehr interessantes US-israelisches Unternehmen. Auch diese stehen bei mir im Fokus und auch viele andere Unternehmen stehen im Fokus. Also kurzfristig können wieder Marktkorrekturen dazu führen, dass wir wieder attraktive Einstiegschancen sehen. Wenn man hier mal schaut, ja, normalerweise geht es darum, dass ich mein Depot immer weiter aufbauen will und jetzt im Jahr 2024, ja, ist es noch nicht gewachsen. Also hier habe ich eher im Februar, ja, wieder der eine oder andere sieht es sehr kritisch, ja, wieso ich Alphabet verkauft habe, aber ich bin dann in der Hinsicht, wenn ich von einem Unternehmen oder von einem Management enttäuscht bin, dann interessiert mich, dann interessieren mich auch nicht die Zahlen, sondern dann ist das Management an der Stelle wichtig und wenn ich eine ganz andere Vorstellung von der Entwicklung des Unternehmens habe und als das das Management dann im Endeffekt umsetzt, dann verkaufe ich auch eine Aktie, weil dann ist es mir egal, welches theoretische Potenzial es hat und diesen Wert habe ich ja zum Beispiel noch nicht voll wieder reinvestiert. Das heißt, ich hocke aktuell wieder ein bisschen mehr mit Cash und muss dann gucken in den nächsten Monaten, vielleicht auch zur nächsten Korrektur, dass ich wieder sehr interessante Unternehmen mir ins Depot lege und mein Depot weiter aufbaue. Mich würde jetzt interessieren, wie du den Markt oder die aktuelle Marktsituation siehst. Wird alles hier ein bisschen, ja, zu heiß gegessen beziehungsweise, naja, eigentlich, was heißt zu heiß gegessen? Ähm, der Fear and Greed Index oder tendenziell die, ich sag mal, die aktuelle Situation auf dem Markt ist eher ein bisschen heiß gelaufen. Siehst du das ähnlich oder sagst du, ne, es geht nochmal eine ordentliche Strecke nach oben, wie zum Beispiel, ja, hier bei Bitcoin, ja, das ist eine mega starke Rallye hatte. Vielen Dank, dass wir zuschalten und bis zum nächsten Mal. Dein JD. Ciao. Dein JD. Ciao. Dein JD. Ciao. Dein JD. Ciao.